Willkommen zurück. Ich habe bei den Ingame-Sound noch ein Ticken lauter gemacht. Die beiden waren ein bisschen leise, aber ich hoffe mal, dass das jetzt hier so funktioniert. Also weiterhin. Und... Heia! Unbefugten ist der Zugriff zu unserem Kampf-Dojo. Dojo? Dojo? Wird das im Deutschen ausgesprochen? Ich kenne es nur als Dojo. Kampf-Dojo verboten. Meine Nase juckt. So, was hast du denn? Einmal Cholo-Cholo. Oh, es ist Lars! Das ist... Also Lars ist da echt... Kann man schon mitarbeiten, ne? Ja! Ein Mankey! Das ist der Dave, nur in... Als erste... Nicht Generationen... Ohne... Dings... Bombs. Ähm... Ja, ich muss mir mal hier grad die Nase putzen. Das ist, äh... Ja. Ha! Mit Rausschneiden ist da jetzt grad noch nix. Weil ich will da nicht mehr dran rumschneubbeln. Schu... Schnübeln! Sehr schön. Yay! Laserrechner 3 und Reistisch! Ein Rassaf, das ist Mankey, nur in... Nein! Ich will nicht wechseln. Genau. Mit den Boxhandschuhen. Hat Mankey auch schon Box... Ne, Mankey hat keine Boxhandschuhe an. Verfällt in Raserei. Sieht das jetzt immer mehr ab? Ajo. Ich glaub, ich krieg den noch... Yeah! Das war sehr gut. Yeah! Yeah! Uff! Ich hab's leider nicht lesen können. Ich hab's zu schnell weggedrückt. Ich nehm' jetzt einfach hier den Nächsten noch. Oh, da sind zwei Items. Keine Herausforderung. Ist mir zu hart. Ich zertrömmere Steine mit bloßen Händen. Sehr schön für dich. Oh, eins hat der nur. Oh, 36. Das war mal Lars. Wer könnte denn da noch sein? Das Shen vielleicht? Jetzt nicht die Shen kaputt machen, ne? Ich muss mal grad noch was trinken. Mein Magen beschwärzt sich. Ich hab nämlich heute... Doch, ich hab wohl was gegessen. Aber das waren nur zwei Schokoriegel. Halt! Also nach ihm hier verziehe ich mich wieder. Och nee, jetzt bist du tot, oder? Halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Ah! Der Drinz ist mal angegriffen, der Wechsel. Wollte ich, ähm... Runter gehen. Hornatacke, oder? Och, komm, hör mal wieder Kacke auf, ey! Äh, wieder runter... Gehen zum Poker Center. Yeah! Autsch! Ich habe eine Prellung. Das ist auch gut so. Das heißt, wir haben noch den... 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 Werkstattleiter, wollte ich grad sagen. Den Viktor, schätze ich, meistert. Und, ähm... Den anderen Heini noch, der davor steht, den Bimbo. Ich hab gar keinen Timer angemacht. Nun. Ne, das war noch eins weiter unten. Aber ich seh' ja zum Glück auch, ähm... Den Fortschritt von... Von der Aufnahme. Den Zeitgedöns. Im Programm. Muss ich da nur ein bisschen drauf achten. Ah! Ahem! Oh, meine Stimme ist so... Ah! Voll am Abkacken. Ach, ja! Das Einzige, was mich jetzt hier drin eingestellt, ist nur die Qualität vom Bild irgendwie. Weil das sieht so ein bisschen verschwommen aus, weil ich nicht die ganzen Filter drüber lege, legen kann, die ich normalerweise drüber lege. Ansonsten ist das aber sehr, ähm, praktisch. Weil ich da musste nix mehr zusammenschnippeln. Wobei dann halt das Problem ist, wenn mal irgendwie was mit vom Ton nicht passt oder so, dass der zu laut ist, dann kann ich die ganze Aufnahme in die Tonne kloppen. Hm. So. Was sind das für Items? Stopp! Zieh deine Schuhe aus! Nee, lieber nicht. Die hab ich heute schon den ganzen Tag an. Beziehungsweise... Mit dem, mit dem ich hier rumlaufe, der hat die Papp ja noch nie gepennt bei... Also nicht mitnehmen, sondern... Der hat nie gepennt. Ich habe noch nie mit Ash Ketcham geschlafen. Ist auch gut so. Kratzfolie. Nja. Ich glaube, ich höre mir gleich schon Schokoriegel, ey. Also mein Magen. Da ist grad nicht so geil drauf. Ja, ist gut, Menki. Dankeschön. Noch Menki. Ja gut, dann... Nee, ich will nicht tauschen. Lars ist schon ganz gut hier. Ganz gut aufgehoben. Auf jeden Fall macht man dann gleich die Wasserroute. Oh. Ähm. Ich raff nicht, warum Flug-Pokémon gegen Kampf-Pokémon gut sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, was hast du noch? Noch Menki, oder wat? Ne, Raza-Pokémon. Ähm. 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 Oh. Los. Los. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich noch, ähm... Ich weiß nicht, ob ich noch mal in den Links gehen soll. Fungishänder. Noch mal X-Angriff. Du bist jetzt eh hinüber. Aber Lars müsste, glaube ich, auch jetzt langsam wieder ein Level abkriegen. Ich gebe auf... Okay. Ich gucke mir erstmal hier die an. Mann, ich wollte mir die Items angucken. Ich bin der Karate-Meister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus? Also gut. Ich kenne keine Gnade. Los geht's. Wer bist du denn? Bist du Viktor? Heißt du so? Äh. Der ist aber kein... Arena-Leiter. Kikli. Das ist auch ein cooles... Oh, 37. Iiii. Warum darf der anfangen? Ja, dann meditier dich mal. Ei, 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 ei. Ja. Auf jeden Fall. Ähm. Jetzt nicht angreifen, bitte. Sonst bin ich tot. Oh. Halt, 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 halt. Okay, dann darf Alex. Ähm. Er ist nicht der Arena, leider, weil der hätte sonst einen vernünftigen Namen. Und nicht Schwarzgurt. Schwarzkopf. Das hat sich gerade ein bisschen auf Schwanzkopf angehört. Okay. Alex, aber ich nehme 35. Ist jetzt glaube ich wieder der Stärkste. Nokchan. Oh, Mann. Oh. Hat er... Wie heißt ihn? Nunchaks? Hat er denn sowas in der Hand? Nee. Aber das ist auch ein cooles. Von dem mag ich auch die Haare. Vor allem hat er so Schulterpanzer. Stehe ich voll drauf. Kometenhieb? Alles klar. Zieht aber nicht so viel ab, ne? Oh. Mach ruhig. Den kannst du ruhig öfter machen. So. Ich würde sagen... Ja gut, vielleicht... Vielleicht können wir jetzt töten. Los. Töten. Ich will töten. 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 Ein Lied von K.I.Z. Ich habe einen Schwarzgurt besiegt. Ich wurde geschlagen. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins aus. Wähle eins von beiden aus. Oh, cool. Oh, Kickli. Geil. Das trittstarke Pokémon. Nö. Was ist das? Oh, Mann. Oh, fuck, ey. Was soll ich denn das? Die sind meine Geile. Immer mal Kickli haben. Kickli ist halt... Ich mag die Beine von dem so geil. Treten ist eh viel besser. Macht man sich nicht so arm und mit kaputt. Ja, ich möchte das Kickli. Und er sagt, Nein, bist du so doof? Ich kann das jetzt gar nicht nehmen, oder? Gut. Äh, nö. Dass ich mir noch backfälle in Pokémon. Kickli wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Kann ich das jetzt auch nehmen? Er sagte, Ein Pokémon. Nice. Super. Oh, was war das denn? Irgendwann bin ich 100. 100. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich hoffe mal, dass das nicht da oben irgendwo war. Was ist das eigentlich sortiert hier? Ähm. Kickli. Da. 106. Och. Das ist ja doch recht groß. Äh. Kickli. Kicker. Größe 1,5 Meter. Gewicht 49,8 Kilogramm. Der Fuß dieses Pokémon ist unglaublich hart. Sein Tritt vermag sogar Diamanten zu zerschmettern. Hm. Gut. Hi. Bleib doch hier und trainiere Karate mit uns. Nö. Was ist das überhaupt? Wandel dich... Nö. Was? Wandel dich abhängig vom Gegner. Mhm. Kommen wir jetzt hier neben rein? Oder steht der Mongo immer noch davor? Steht man noch da? Kommen wir von hinten in die Arena rein? Okay. Nee. Ich glaub nicht. Was ist das hier? Achso. Äh. Gut. Wie krieg ich denn jetzt das Team Rocket hier raus? Was willst du hier? Hau ab. Na gut, ich geh jetzt grad noch mal runter ins Pogesender. Oh, ich hab das Gefühl, dass ich in diesem Gebäude noch nicht alles gemacht hab. Wahrscheinlich hab ich das auch gesagt, aber ich kann ja... ...nachher mal gucken. Genau, ich kann ja jetzt gleich mal gucken, was ich gesagt hab in der letzten Aufnahme. Und genau, dann machen wir jetzt hier Schluss und ich bin gleich wieder da. Tschüss!